Musik Zum einen gibt es die Taschenklappen. Diese Taschenklappen befinden sich vor der Mündung in die Aorta als Aortenklappen und vor der Mündung in den Truncus pulmonalis als Pulmonalklappen. Diese Taschenklappen werden auch als Semilunarklappen bezeichnet, weil sie den Aufbau von drei Halbmonden haben. Die Taschenklappen besitzen an ihrem Ende in dem jeweiligen Blutgefäß eine kleine Tasche, welche dazu führt, dass wenn die Diastole beginnt und etwas Blut in den Gefäßen zurückströmt, dieses Blut die Taschen füllt und die Klappen sich dann wieder schließen. Die anderen großen Klappen sind die Segelklappen. Die Segelklappen befinden sich zwischen den Vorhöfen, zwischen den Atrien und zwischen den Kammern, zwischen den Ventrikeln. Bei den Segelklappen unterscheidet man die zweizipflige Segelklappe, Valva bicuspidalis, von der dreizipfligen Segelklappe, Valva tricuspidalis. Die Segelklappen besitzen eine Auflagerung vom Endokat, das ist ein dünnes, fahrendes Häutchen. Diese Klappen sind zusammen mit den Sehnenfäden an den Papillarmuskeln befestigt. Die Spitzen der einzelnen Klappen sind jeweils über die Sehnenfäden mit zwei Papillarmuskeln verbunden. Wenn in der Kammer der Blutdruck ansteigt, bei der Systole, dann schlagen diese Klappen zurück, aber ein Durchschlagen der Klappen in die Vorhöfe, in die Atrien, wird durch die Sehnenfäden und die Papillarmuskeln verhindert, sodass die Klappe geschlossen bleibt.